Ja, Jan, Maxi. Wir machen jetzt Longboardrennen. Hier ist das Ziel. Bei den Mülltonnen. Genau das gleiche wieder. Ja, das ist mein Longboard. Das ist Maxis Longboard. Hier ist das Ziel. Ja, wir gehen jetzt noch mal kurz... Das ist das Muster von mir. Aber ist schon so ein bisschen abgekratzt. Bei mir ist auch schon ein bisschen abgekratzt. Hier hinten. Ja. Bei mir hinten sowieso. Wir fahren jetzt kurz zum Start. Ja. Machen wir das jetzt, dass wir so losfahren, dass wir die Longboardrennen stellen dann so drauf springen. Ja, aber ich muss erst mal meine Lenkung einlenken. Das ist besser. Dann springen wir drauf. Guck mal, hier ist auf einmal jetzt ein Fuß. Hier. Da hinten sehen wir schon mal den Weg. Lassen wir uns ruhig schon rollen. Auf die Plätze, fertig, los! Jetzt geh ich ab! Jetzt geh ich ab! Nein! Da lang, rechts. Jetzt. Jaaa! 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 Überhol dich! Überhol dich! Jaaa! 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 Überhol dich! Jaaa! Jetzt den Berg hoch! Jaaa! 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 Ich hab ihn überholt! Jaaa! Wir sind da ganz hier! Ich weiß nicht, weiter hin! Nein! Nein! Da sind die Mülltonnen, da ist das hier! Jaaa! Nein! Nein! Maxi hat gewonnen! Maxi war als erstes an den Mülltonnen. Er hat gewonnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch! Für mehr so welche Sachen und wenn ihr mehr von uns wollt, abonniert doch! Ja, und wir wollten uns schon mal für die 34 Abonnenten bedanken. Dankeschön! Ja, ich und Maxi... Wir sind jetzt hier. Oh, meine Haare liegen gar nicht mehr wegen dem Winterhemen. Ja, wir fahren jetzt gleich den Video hin. Also, wir fahren gleich den Straße hin. Ja, wenn ihr euch das volle Video angucken wollt, dann klickt einfach auf den Bildschirm beim Dingens oder in der Beschreibung einfach den Link anklicken, um das ganze Video anzusehen. So, weiter erkläre ich. Und dann klicken.